Okay, willkommen zu Super Mario Advance 4 und ich will mit diesem Projekt heute fertig werden. Heute, ähm, welcher ist heute da? 12.3. Super Mario Advance 2 hab ich auch heute durchgezockt. Schon fertig alles aufgenommen. Und jetzt will ich mit diesem verfickten Projekt fertig werden. Das sind sowieso noch zwei Welten. Auch wenn das irgendwie 20 Parts braucht. Ich will das eigentlich zu... Ich will das... Ich will das eigentlich sagen können. Ich hab Super Mario Advance 4 und 3 und 1 und alles mögliche... Und die ganze Reihe durchgezockt. Okay. Ja! Ja! Halleluja, zum Orgasmus... Oh nein, ähm, nicht das hier gebracht. Aber ich hab's geschafft. Yeah! Aber es wartet schon ein... Ein Hammerbruder auf mich und das ist noch ein Eislevel. Ja, was hab ich gesagt? Scheiß Eislevel. Verschwinde doch von deiner Ecke da. Verschwinde doch. Auf dich hat sowieso keiner einen Bock. Immer diese verdammte Stelle. Immer. Wieso gehst du immer nach... Ach, egal. Komm. Komm. Ich dachte, ich hab ihn getroffen. Ey, das Level hat mich nicht umge... Endlich lässt du mich mal durch. Mann. Und was gibt's hier? Okay, Ritter Mario. Äh, nein. Ich meine, äh, wie hieß der nochmal? Dieser komische... Dieser Hammerbruder Mario. Jetzt werf ich mal Hammer auf eure Köpfe, ihr Bastardos. Ja. Ich wollte etwas auf deren Köpfe... Auf deren Köpfe werfen. Ist klar. Ich. Ich zum Beispiel. Ich wollte was auf deren Köpfe werfen. Mit meinen erbärmlichen Skills. Ist klar. Okay. Okay. Diese Welt will ich auch noch zu Ende machen. Irgendwas ist doch bestimmt da oben. Okay. Die Musik ist friedlich, aber... Was zur Hölle? Hallo. Ähm. Okay. Wo komme ich dann raus? Wieso bin ich so dämlich? Warte, diese Stelle habe ich bei Final Messenger gesehen. Ja, man braucht irgendwas dafür. Und ich bin gestorben. Egal. Egal. Fortsetzen. Komm. Egal. Dieser komische Hammerbruder ist weg. Das ist das Wichtigste. Und was soll dieses Schiff darstellen? Nein. Es sind auch irgendwelche Gegner drauf. Okay. Ich gehe da rein. Hol mir diesen Pilz. Und es gibt acht Welten. Wollte ich kurz wieder erwähnen. Nicht neun, wie ich gedacht habe. Also wir sind in der sechsten Welt. Okay. Du machst das Feuer da oben hin. Schön. Ähm. Okay. Das Teil will mich unbedingt umbringen. Achso. Ich muss. Irgendwo. Irgendwo war ein Teil, was mich zu einer Stelle brachte. Okay. Hier war das nicht. Irgendwo war das nicht. Okay. Jetzt habe ich meine Ruhe. Verdammt. Komm. Was zur Hölle? Ja. Der Wichser will mich unbedingt umbringen. So ein Attentäter, aber richtiger. Ey. Du willst mich doch. Ach komm. Ja. Ich soll fliegen. Ist klar. Dann muss ich das. Warte. Ey. Wieso. Ja. Ist klar. Ich kann nicht fliegen. Kriege ich einen Pilz wieder? Okay. Ich kriege einen Pilz, aber... Warte. Kann ich das jetzt nochmal machen? Ja. Just what I need it. Ist klar. Komm jetzt. Ich brauche eine Feder. Okay. Das wiederholt sich dann alles. So. So. Okay. Muss ich wieder da rein. Und dann so. Eine Feder. Äh. Nein. Nein. Warum komme ich jedes Mal auf Feder? Das dauert so lange, bis ich damit fertig bin. Egal. Komm. Ey. Willst du mich verarschen? Ey. Dieses... Dieses... Ach. Dieses Spiel will mich verarschen. Aber ich irgendwie denke, dass ich mich selbst verarsche. Das ist... Wie willst du mal... Ist das, was ich hier bin? Komm. Komm einfach. Komm. Der Eingang... Der Ausgang muss irgendwo hier sein. Komm. So. Dankeschön. Nimm es doch. Danke. Ähm. Okay. Von der anderen Seite. Warte. Ach. Willst du mich verarschen? Komm mit. Das ist so... Ach. So eine Scheiße. So eine verfickte... Ach komm. Geh mir nicht auf die Nüsse. Komm. Aber wie zum Teufel soll ich das schaffen? Warte mal. Diese komischen Pflanzen, die schnappen mich sofort, wenn ich da in der Nähe bin. Egal. In diesem Part will ich nur diese Welt schaffen. Da kommt im nächsten Part die andere Welt. Und dann zuletzt kommt Bowsers Welt. Oder ich teile mir das auf, dass das... Ach komm. Werf. Okay, das war knapp. So eine Zielgenauigkeit habe ich noch nie erlebt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ich habe das kurz weiter gemacht. Und... Hä? Warte. Wollt ihr mich verarschen? Wie zum Teufel soll man da durchkommen? Hä? Ach so. Ich weiß. Okay. Dann ist das wirklich die einzige Möglichkeit. Okay. So. Ich verstehe jetzt. Also man muss... Man muss zweimal die... Man muss zweimal das Blatt nehmen. Okay. Komm. So. Erstmal die Pflanzen wieder weg machen. Komm. Nimm deinen komischen Block. Werf auf mich. So. Danke. Scheiße. Okay. Okay. Wo ist der Kuppa? Wie? Du wolltest auf mich werfen. Ach komm her. Da ist der Kuppa wieder. Okay. Den kann ich jetzt gebrochen. Ich hab gesagt, den kann ich gebrauchen. Aber egal. So. Ja, geschafft. Endlich. Und so. Und. Wie viele Minuten hab ich damit verschwendet? Boah. Bestimmt sehr viele Minuten. Ach. Verdammt. Ja, beeil dich. Mann. Ach du willst mich doch verarschen, oder? Okay, komm. Ähm. Ist dieses Level da um Münzen zu sammeln, oder was los? Oder hab ich irgendwas verpasst? Ähm, ja. Ja. So. Hä? Ist das nur da um Münzen zu sammeln, um Leben zu sammeln, oder was? Glaub schon, oder? Okay, wenn das was wirklich ist, dann ist das gut. Okay. Könnt ihr ein paar Leben gebrochen. Und so. Und so. Okay, komm. In diesem Part will ich das... Komm, ist das ein Boss? Ähm. Okay, der Bummern geht weiter. Ach so, der war wirklich am Boss. Und eine Wolke. Puh, okay. Sieben und acht sind da, okay. Ich mach aber jetzt sechs. Aber ich versuch jetzt ganz da drum zu fliegen. Ja, ich wollte ganz da drum fliegen, aber geht ja nicht. Weil die scheiß Entwickler mich nicht dazu lassen. Ähm. Hallo? Verdammt, wieso hab ich das genommen? Das werd ich bestimmt bereuen. Äh. Ist klar. Okay. Schwimm, schwimm, schwimm. Was gibt es da? Verdammt. Ach du heilige Kacke. Ich fände nervös. Geh da durch. Ach scheiße. Jetzt verfolgt er mich dauernd auch mit seinen komischen Augen. Dir nicht süß aussehen. Nee, 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 nee. Warum hab ich das nicht gleich geahnt? Ich hab irgendwie schon geahnt, dass irgendwas Böses kommt, aber... Ach komm. Komm einfach. Komm. Ich bin schon, ich bin schon darauf vorbereitet. Ich brauche jetzt mein Ding hier und ich will dieses Projekt auch schnell fertig bekommen. Nicht, dass es mich irgendwie, ähm, anwidert oder so. Ich will das nur einfach schnell fertig bekommen. Ey, das kann nicht sein, dass er... Es muss irgendwas sein. Ach, ich wusste es doch. Leben. Was soll ich denn mit einem Leben anfangen, den ich nie mal aufsammeln kann? Lass mich verarschen. Kommst du runter? Danke. Alles klar. So. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Wieso müssten diese kleinen Wichsers kommen? Ach, komm her. So. Verdammt. Komm her. Ja, okay. Du kannst nicht zielen. Wenn das jetzt mich noch getroffen hätte, hätte ich... Hätte ich komplett einen Ausdick bekommen. Und... Feuer. Okay. Komm, egal wie lange dieser Part dauert, ich will das jetzt zu Ende machen. Boah. Und Final Machine hat das immer in 15 Minuten geschafft. Respekt, Respekt Final Messenger. Ich brauche noch so... Ich brauche noch so lange auch noch dafür. Ja, danke. Ich weiß aber immer noch nicht, wozu diese Wolke da ist. Und so. Und... Wir wollen die ganze Zeit, dass ich ein Hammerbruder werde. So, 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 so Wieso hat mich dieser Wichser... Ich hasse diesen komischen... Wieso gehst du so weit nach hinten, verdammt? Egal, guck mal, ob wir ein paar Leben sammeln können. Okay, reingekackt. Hat gar nicht gepasst, okay? Wieso hat mich dieses Eisenteil verfolgt? Ich hab darauf so doll keinen Bock. Komm, komm. Ja, mh. Mein Bein ist schon eingestoffen wegen meiner Dummheit hier. Und weiter, weiter, weiter. Ich will noch diese verdammte, verfickte Welt hier schaffen. So, so, so. Wieso musst du mich verfolgen, du kleines Opfer-Teil? Ja, das hat, das hat so gut gebocht. Okay. Ich wusste es doch. Ich wusste, was ich da reinkacke. Ach, Mann. Komm, 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 komm. Okay, ich werde heute nicht das Projekt zu Ende machen, sonst... Ich kriege dann auch einen Nervenzusammenbruch. Ich will heute noch diese Welt zu Ende bekommen und danach, das nächste Mal geht es dann weiter. Äh, ja, okay. Okay. Ich verstehe es nicht, aber egal. Komm, weiter. Ich will noch diese Welt. Dann bin ich in der siebten Welt, in der vorletzten Welt. Und dann geht es den nächsten Part weiter in dieser verfickten Welt. Solche Aggressionen hatte ich doch nie. Hatte ich noch nie. Hab ich jetzt. So. So. So, weg mit dir. Ich mag sowieso keiner, also verpiss dich. So. Das ist bestimmt eine Blume, die brauche ich sowieso jetzt nicht. Weil ich mich jetzt sowieso hier konzentrieren muss. So. So. Er will jetzt mich komplett verarschen. Komm, noch einmal. Ich glaube, nach dieser Welt brauche ich eine Pause. Ich mache einen Cut. Boah, dieses Spiel regt mich nur auf. Dieses Spiel regt mich nur auf. Ja. Gehe am Arsch der Welt irgendwo. Wo ich, wo kein Schwein dich schmulen kann, diesen verdammten Pilz auch noch. Weg mit dir. Egal. Ich mache mein Ding jetzt als kleiner Mario durch. So. Habt ihr gesehen, der Pilz wollte irgendwo auf die andere Seite gehen? Ach, scheiße. Vergessen. So. So. Und so. Okay. So nicht. So nicht. Aber wenn jetzt irgendein Lakito kommt oder so. Was zur Hölle? Kein Kommentar. Kein Kommentar dazu. Zakoppa war jetzt eingesperrt vom Eis mit Münzen drin? Hä? Okay. Jetzt geht die nächste Welt. Also ein nächstes Schloss. Oh, sch. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Ich höre einen behinderten Buhu. Und das heißt nie immer was Gutes. Verdammte Scheiße. Wenn ich das irgendwie schaffe. Ich kann diesen Glitch-Bung... Glitch-Ding nicht. Wieso mache ich das auch noch? Ähm... Ja. Okay. Ich werde hier speichern. Okay. Gespeichert. Und weiter geht's. Scheiße. Eis-Level auch noch. Oh. Zweimal. Dreimal. Boah. Glück gehabt. Wenn er jetzt irgendwie geflogen wäre. Oha. Das wäre heftig. Das wäre zu heftig. Aber ich muss diesen Safe-State machen, weil... Mit meinem Können... Ja. Mit meinem Können... Hätte ich bestimmt irgendeinen behinderten Fehler gemacht. Wo ich dann irgendwo gelandet wäre. Hä? Wo führt ihr mich denn hin? Willst du mich verarschen? Egal. Dann kann ich trotzdem dahin gehen. Dann gucken wir uns bei der dritten an. Ein... Bruderhammer-Mario. Okay. Und so. Und so. Und so. So, so. Die achte Welt kommt dann. Okay. Die achte Welt muss dann jetzt drankommen. Ja. Endlich mal eine Welt, wo kein... Wo nichts Böses herrscht. So. So. Ähm, ja. Der ist reingeglitscht worden. Ähm. Okay. Da nehme ich... Da nehme ich einen von denen hier mit. Okay. Mitgenommen. Ähm. Verdammte Kacke. Bitte, 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 bitte. Ja. Ja. Wenn es kein Eislevel ist, dann kann ich das schaffen. Aber wenn es Eislevel ist... Boah. Donner, 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 Scheiße. Bitte, sei doch... Zehn Welten? Wollt die mich zum Wahnsinn treiben, oder was? Die wollen wirklich, dass ich hier ab... Also, dass ich ein Amoklauf hier durchziehe. Oh, Scheiße. Egal, ich gehe jetzt mal friedlich runter. Wieso muss so eine Oktopussy missgestellt kommen? Und wieso muss da noch ein Schloss kommen? Ich dachte, das reicht doch. Ach, Mann. Warte, muss ich eigentlich da rein? Kann ich auch einfach nur mal nach rechts gehen? Nein, da ist eine Mauer. Eine Eismauer. Du, die älter Chinesenfisch. Dich habe ich umgebracht. Gut so. Egal, ich gehe jetzt mein Leben. So, so. Ähm. Okay. 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 Was zur Hölle willst du? Ja. Warte, wo kam der kleine Fisch raus? Kam er gerade aus dem großen Fisch raus? Ähm. Okay. Okay. Großer Fisch wurde Mama. Okay, da muss ich rein. Ich habe es hier. Bitte, 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 bitte. Und ein Stern? Zum ersten Mal in diesem Let's Player habe ich mal drei Sachen zusammenbekommen. Du hast eine... Du hältst eine Karte. Endlich mal in diesem Let's Player habe ich das geschafft. Yeah. Ach, jetzt kommt die zehnte Welt. Ach, scheiße. Reicht da rein? So. Da haben wir Bruderskul. Okay. Ein roter Gumba. So. Verdammt. Hier wollte ich mich... Hier. Ach, du heilige Scheiße. Habe ich es geschafft? Boah, man... Oh, man putzt auf 180. Verdammt. Ich starte die Vergewaltigen mit ihren Steinen. Boah. Ähm. Okay, das haben wir halt auch lange nicht mehr gemacht. Puzzletchen. Ja, okay. Verdammt. Egal. Habe ich irgendwas noch? Nein. Okay. Rein ins Schlösschen. Ja. Hat ja gut angefangen. Hat ja sehr gut angefangen. Oh, scheiße. Ich hab kein Wohr mehr. Ich bin so... Oh, ich bin so dämlich. Wieso mache ich immer die gleichen dummen Fehler? Komm. Komm. Ja, diesmal bin ich... Oh, ich bin so dämlich. Oh, ich bin so dämlich. Hä? Okay. Ich bin dämlich. Ich könnte mich als genug bezeichnen, aber richtig. Die ganzen drei... Die ganzen drei... Du scheiß Buchu. Komm her. Jetzt hab ich dich gesehen. Jetzt kannst du nix mehr machen. Ey, das ist das unfairste aller Zeiten. Oh, meine böse Seite erwacht bald. Aber richtig. Ich bin so... Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Ich hör jetzt auf. Sonst werde ich ausrasten. Wir sehen uns das nächste Mal in diesem verfickten Schloss. Tschüss.